Ich kann schon durchschauen, ich kann doch nicht mehr atmen. Ja, das ist doch nicht gewünscht. Okay, mein Kopf losgleich. Also, wir sind jetzt gerade vor dem Haus. Ich sehe ein Wappen und Farben. Eine große Fahne prangert vorne. Und ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall wirklich sehr eingeschüchtert bin. Hallo. Hi, Schafak hier. Freut mich. Christopher. Ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin mal gespannt, was ich hier alles zu sehen bekomme. Ja, wir können ja gerne erstmal eine Herausforderung machen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Dann fangen wir mal hier an. Das ist unser Kneipp-Saal, so nennen wir das. Ist im Prinzip so der größte und repräsentativste Raum, den wir hier haben. Mit der Ahmengalerie der alten Mitglieder. Und ja, ist im Prinzip so unser Hauptveranstaltungsraum, wo unsere meisten Veranstaltungen halt stattfinden. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine Bibliothek weiter. Und das sind eure Haustiere? Ne, das sind die Füchse, Deko-Füchse, die wir quasi auch wieder auf unseren Kneipen hinstellen. Ja, ist einfach so ein traditionelles Gimmick, würde ich mal sagen, die wir repräsentativ damit aufs Haus stellen. Und was repräsentieren die genau? Die Füchse, unsere jüngsten Mitglieder. Ah, okay. Ein kleines Wortspiel sozusagen. Ja, ganz genau. Und man sieht, das ist der Raum der Bibliothek. Ist büchertechnisch relativ veraltet bei uns. Ist aber ein wunderschöner Lernraum, finde ich. Gut, dann können wir uns als nächstes die Kellerräume angucken, würde ich sagen. Hier dann. Das hier ist unsere Kellerbar. Die haben zwei Aktive von uns selbst mit hier unten reingebaut. Und das ist quasi so unser Party- und Feierabendbierraum, wo sich die Leute dann treffen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mit dem Paukraum weiter. Der ist hier direkt im Anschluss. Ist quasi das Herzstück des Hauses für die Aktiven zu bilden. Wieso das Herzstück des Hauses? Weil wir als Pflichtschlagende Verbindung ja das Fechten üben müssen. Und für unsere Mensuren, unsere Pflichtpartien. Und jeder Aktive sich hier mehrmals pro Woche unten einfindet und das Fechten lernt. Das heißt, das ist der Raum, den man neben seinem eigenen Zimmer eigentlich am häufigsten sieht vom Haus als aktiver Student. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich das vielleicht auch mal ausprobiere? Ich habe das nämlich tatsächlich noch nie gemacht. Ja, das ist generell kein Problem. Wir haben auch später noch eine Fuchsenstunde, wo noch einer unserer Pauklehrer vorbeikommt. Und der macht auch gerne eine Paukstunde mit dir. Eine Paukstunde dann. Ich habe Adia bei mir und der zeigt uns sein Zimmer. Wie fühlst du dich hier? Am Anfang ist es halt so, wenn man sich mit neuen Freunden vorstellt und sagt, ja, ich wohne in einer Studentenverbindung. Und dann gucken die dann erstmal schief an und fragen, was ist das? Seid ihr rechtsorientiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Aber sobald man die einmal auf dem Haus hat, ist eigentlich alles cool. Warum glaubst du, ist das so, dass die Leute erstmal kritisch nachfragen? Viele wissen gar nicht, was das ist, also was es überhaupt bedeutet, ein Teil so einer Verbindung zu sein. Und dann, wenn sie sich in irgendeiner Form informiert haben, dann denken die meistens, dass wir halt rechtsorientiert sind, was ja auch ein Stück weit bei einigen Verbindungen der Fall ist. Da muss man erstmal so ein bisschen Rechtfertigung leisten und auch darstellen, dass das bei uns nicht der Fall ist, dass wir humanistisch geprägt sind und dass bei uns im ersten Linie das Studium steht und halt auch die humanistischen Werte, die wir vertreten. Diese ganze Diskussion zum Thema, wie ist welche Verbindung politisch organisiert, finde ich sehr unübersichtlich. Ich möchte mal eine Expertin dazu befragen. Turnerschaften sind eine spezifische Form von Studentenverbindungen. Studentenverbindungen, wie der Begriff schon sagt, spielt Sport in den Turnerschaften eine relativ große Rolle und sie sind insbesondere von den Burschenschaften, die sicherlich der bekannteste Studentenverbindungstypus sind, insofern abgegrenzt, als dass sich die Turnerschaften als unpolitische Studentenverbindungen begreifen, wohingegen die Burschenschaften sich als explizit politische Studentenverbindungen sehen. Die allermeisten Studentenverbindungen sind politisch eher konservativ ausgerichtet. Manche auch liberal, aber sozusagen der Mainstream hängt konservativen Werten an. Das hängt natürlich ganz eng mit den Ritualen zusammen. Es gibt einen Teil, insbesondere in den Burschenschaften, aber nicht nur dort, der eine Tendenz zu extremen Rechten hat. Ich bin jetzt seit über ein Jahr fast hier. Aber bei mir wurde eine Ausnahme gemacht, ich studiere nämlich noch gar nicht, sondern ich mache noch mein Abitur hier in Frankfurt. Da ich sowieso auf Wohnungssuche war, habe ich das hier gefunden. Miete ist ja auch recht günstig, im Gegensatz hier zu anderen Zimmern in Frankfurt. Also ich habe jetzt gemerkt, dass du anders gekleidet bist als die anderen. Was tragen denn die anderen da um ihren Hals bzw. um die Schulter? Achso, ja, das ist das Band. Also die Burschen tragen ja das dreifarbige Band, also das rot-weiß-blaue. Und die Fuchsen nur das rot-weiße. Da ich auch noch Fuchs bin, würde ich auch jetzt das rot-weiße Band tragen. Aber die Sache ist, bei meiner letzten Fechtpartie, die ging nicht gut aus, weil ich gemuckt habe. Also das ist so ein kleines Zucken während der Partie. Und deswegen muss ich die dann jetzt nochmal wiederholen, die Partie, bis ich die dann halt erfolgreich durchgefochten habe. Und dann bekomme ich das dann auch wieder. Gibt es dann auch andere Gründe, weswegen man dann sein Band mal nicht trägt? Ja, wenn man seine Aufgaben nicht erledigt hat oder ja, aus Strafmaß, dass man sich irgendwie schlecht verhalten hat, um wiederholten Male oder so, dann kann es auch schon passieren, dass man dann das Band abgezogen bekommt. Wenn ich das jetzt, das Aparten verlasse und jetzt in den Flur zum Beispiel gehe oder in die Küche oder so, muss ich eigentlich immer einen Kragen tragen. Also das heißt Polo, Hemd würde natürlich auch gehen. Das liegt daran, dass wenn alte Herren oder auch mal Besucher oder so aufs Haus kommen, dass wir dann halt auch anständig gekleidet sind. Dann, heutige Fuchsenstunde, behandeln wir unsere Prinzipien. Wir fangen erstmal an zu sammeln. Und ich würde mal sagen, Badia, du kannst dir gerade mal erklären, was überhaupt unter Prinzipien zu verstehen ist. Ja, wir haben insgesamt zehn Prinzipien. Und die machen uns so als Bund so ein Stück weit aus, wenn man so sagen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel das Lebensbundprinzip, das halt konkret bedeutet, dass man nach seiner aktiven Zeit im Bund hier alter Herr wird, immer noch Teil des Bundes ist, sich nur noch so ein bisschen aus dem Verbindungstheben zurückzieht und auch für eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungen kommt und halt den Bund auch finanziell unterstützt. Das Männerbundprinzip bedeutet konkret nur, dass wir männliche Studenten aufnehmen. Aus unserer Tradition heraus ist das eine Tatsache, die sich bis heute gehalten hat, weil das halt unseren inneren Kitt stärkt, dass wir quasi nur Männer in diesem Bund sind. Aber das, was man eigentlich mitnehmen muss, ist, jede Verbindung ist anders in Deutschland. Das kommt immer auf die Generation und die Leute an, wie bei allen anderen Vereinten auch. Also ihr habt auch eigentlich keinen Zwang dazu, mit irgendwelchen Verbindungen, von denen ihr meint, dass die eure Werte nicht halten. Nein, wir meinen die. Wir meinen die gezielt. Es gibt Verbindungen, mit denen wir noch nichts zu tun haben. Also wir haben jetzt in der Fuchsenstunde gerade ein bisschen gequatscht. Wir haben die Prinzipien abgearbeitet. Und es ist generell ein sehr komplexes Thema und wir haben sehr viele Informationen bekommen. Grundsätzlich muss man sagen, dass diejenigen, die sich für die Mitgliedschaft in der Studentenverbindung entscheiden, das sind in der Regel Menschen, die auf der Suche sind nach relativ starken Strukturen. Denn das Leben in der Studentenverbindung ist ja doch vergleichsweise streng reklementiert. Also diejenigen, die eher freiheitliche Geister sind und sich ausprobieren wollen im Studium, Neues testen wollen, vielleicht froh sind, nicht mehr den Regelungen des Elternhauses unterworfen zu werden, die werden sicherlich eher nicht den Gang in eine solche Verbindung antreten. So, wir sind jetzt hier gerade bei der Paukstunde. Was wird hier passieren? Also wir poken jetzt. Das ist der Begriff dafür, dass wir das Fechten üben. Das machen wir jetzt circa drei bis fünf Mal die Woche. Ist man denn auch vor so einer Übung ein bisschen nervös? Vor den Übungen nicht, vor den Mensuren ist das bei jedem anders. Ich habe damit persönlich keine Probleme. Ich habe mir das Ganze mal vorgestellt, einfach wie ein Boxkampf oder sowas, also wie ein sportliches Event. Das ist die Verhangende, das ist die Verteidigung. Moment, du musst die Spiegelverkehr decken. Moment, du kannst genauso stehen. Und jetzt gehst du von mir nach da hoch, also du stichst. Dann ist hoch, okay. Genau, dann klappst du rüber. So? Und dann lässt du fallen. Und jetzt von da. Ja, ich habe schon Leute gesehen, die das deutlich länger, deutlich schlechter gemacht haben. Moment, ich fang hier so ein. Ah, geil. Häuschen. Also, die Handykamera ist gerade sehr wackelig, weil meine Hand zittert. Ich bin total überfordert gewesen mit der Koordination. Es ist echt anstrengend. Es sieht bestimmt nicht so aus, wenn man sich das von außen anschaut. Aber es ist ein enormer Kraftakt. Und es macht aber auch richtig Spaß, wenn man ein kleines Erfolgserlebnis hatte. Die volle Montur, die du jetzt anhast, ist sie nicht wahnsinnig schwer? Ja, das Ganze ist schon ein bisschen schwerer als eine normale Baseball-Cappy oder sowas. Aber man gewöhnt sich dran. Wenn ich dir das einmal gebe, dann kannst du ja selbst dazu gerne sagen. Okay, okay. Gut. Mensur, fertig, los! Nach dem Fechten darf ich jetzt die Mensurkleidung anziehen. Das ist die Kleidung, die man bei einem richtigen Kampf trägt. Und ich wurde schon vorgewarnt, dass das sehr unangenehm sein soll. Wie im Krankenhaus. Oder wie in der Irrenanstalt. Und die werden langsam blau. Hör, hör, hör. Oh, der Box. Hör, der Damm. Oh mein Gott, ich seh nicht mehr. Okay, das ist fest. Sitzt auf dem Augen. Machst du, musst vorne, du musst die Brille halten. Oh Gott. Schau, dass sie durchschauen kann. Augen zusammengreifen. Augen zusammengreifen. Ja, sieht gut aus. Ich kann schon durchschauen, ich kann nur nicht mehr atmen. Ja, das ist doch nicht gewünscht. Okay, mein Kopf losgleich. So, ich wurde jetzt einmal komplett eingepackt. Von Kopf bis Fuß. So sehe ich aus. Das ist ganz schön fest und schwer. Aber ich fühle mich unschlagbar. Im Vergleich zu anderen Sportarten tritt man hier ja eins gegen eins an. Inwiefern fühlt sich das denn anders an, als jetzt zum Beispiel in einem Team Fußball zu spielen? In diesem Sport stehst du da wirklich alleine. Also gut, du hast noch deine Bundesbrüder um dir. Aber trotzdem musst du da alleine durch. Und deswegen denke ich schon, dass es schon eine krassere Erfahrung ist. Wie lange ist denn deine letzte Verletzung her, die du dir beim Sport zugezogen hast? Zwei Monate? Naja, es kann auch sein, dass man Handgelenkprobleme hat. Und dann kann man mindestens mal für zwei, drei Wochen dann auch ausfallen. Aber du hast dir jetzt keine Narben oder irgendwas davon abgezogen? Doch. Nee, also was ich ja vorhin erklärt habe, meine letzte Partie, da wurde ich getroffen. Zum Glück nicht ganz scharf. Aber dafür war der Aufprall halt natürlich viel stärker, sodass ich dann gezuckt habe. Ja, und deswegen darf ich das dann halt jetzt nochmal neu machen. Erstmal Prost, die Herren. Ich habe mal noch ein bisschen gewahrt. Ihr habt ja auch hier eure Kneipenabende, wo ihr auch Besuch bekommt und so weiter. Wie ist das denn im Normalfall? Wie läuft das denn ab? Wir sitzen ja abends zusammen, quatschen eine Runde, trinken mal ein Bierchen, spielen eine Runde Karten. Und wie ist das dann oben, wenn der ganze Saal voll ist? Beeindruckende Atmosphäre. Also wir haben dann zum Zeitpunkt meistens unsere Uniformmann, zumindest die drei Chargen haben vorne eine Uniformmann. Der Rest ist normalerweise die Kneipen im Mannzug. Aber die klassischen Kneipen sind halt auch nur Männern vorbehalten, hauptsächlich aus dem traditionellen Hintergrund. Und dafür haben wir jetzt aber zum Beispiel extra noch dieses Modell dieser Bürger- und Damenkneipen eingeführt. Wie ist das denn hier mit der Hierarchie, wenn man das so nennen kann? Wie fängt man denn an, wenn man das erste Mal in der Studentenverbindung ist? Und wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit? Ja, so eine klassische Hierarchie in dem Sinne haben wir ja nicht. Wir sind ja keine Firma oder kein Militär. Aber wir haben natürlich Mitglieder verschiedener Alters und verschiedener Erfahrungen. Und anfangen tut es in der Regel damit, dass jemand hierher kommt, ob er eine Wohnung sucht oder einfach nur den Bund mal kennenlernen möchte, als gar nichts. Also er hat kein Band. Und wenn er sich dann dazu entscheidet irgendwann, dass er doch bei Ersatz ja auch Mitglied sein möchte, dann wird er zum Fuchs. Das ist Mitglied auf Probe. Und parallel dazu, nach der Fuchsenzeit, wenn man seine Pflichten erfüllt hat, in Form einer Fuchsenpartie, die gefochten werden muss und entsprechend einer Burschenprüfung, die abgelegt werden muss, wird man zum Bursch. Und nach seiner Burschenzeit zum inaktiven Bursch, was einem ermöglicht, mehr aufs Studium fokussieren zu können. Und mit Abschluss des eben selbigen Studiums wird man zum alten Herrn und wechselt von der Nehmer-zu-Geber-Seite. Mich verblüfft, dass behauptet wird, dass Hierarchien in der Studentenverbindung keine Bedeutung haben. Die Hierarchie zwischen Füchsen, Burschen und alten Herren hat eine ganz besondere Bedeutung in den Studentenverbindungen. Es sind nicht nur Begrifflichkeiten, sondern mit jeder dieser Kategorisierung sind ganz bestimmte Rechte und Pflichten verbunden. Und während der Fuchs relativ viele Pflichten und wenig Rechte hat, hat der alte Herr mit Ausnahme der finanziellen Verpflichtungen eine ganze Menge an Rechten. Wie ist das denn generell mit dem Alkoholkonsum? Ist das jetzt Standard? Weil im Laufe des Tages wurde ja schon das ein oder andere Bier auch getrunken. Also ganz wichtig ist, es gibt bei uns im Bund keinen Saufzwang. Niemand muss Alkohol trinken und niemand kann dich prinzipiell auch dazu zwingen, Alkohol zu trinken. Natürlich, aber das ist ja freundschaftlich gemeint. Gibt es da immer wieder so ein paar andere Gespräche, wie du saufst jetzt nur Wasser. Das ist aber immer freundschaftlich gemeint. Niemand wird zu dir kommen und sagen, wenn du jetzt nicht dieses Bier trinkst, wirst du es aus dem Bund verwiesen. Das wird niemals passieren. Und eine klare Regel hier ist auch, dass keiner alleine Alkohol trinkt. Das darf man nicht vergessen. Also es ist eigentlich völlig verpönt. Da steht tatsächlich eine Strafe drauf auf Kneipen. Erzhaft? Ja. Was ist das für eine Strafe? Ja, das hast du schon angeschrieben. Du wirst dann öffentlich sozusagen erstmal demontiert dafür. Nach dem Motto, der da vorne trinkt gerade alleine. Und dann gibt es halt eine Ansprache von dem, der die Kneipe leitet. Aber das ist eigentlich eine ganz interessante Sparte. Also dieses, was verpönt ist und was nicht. Also was fällt da dann noch rein? Weil ich kann mir da gar nichts darunter vorstellen. Tätlichkeiten. Also wir sind ja praktischerweise eine schlagende Verbindung. Und Tätlichkeiten, beispielsweise Schlägereien oder Handgreiflichkeiten in aller Arten, sind absolut verpönt. Und können auch zum sofortigen Ausruf führen. Wenn es mal richtig auf die Spitze getrieben werden sollte, bundesextern, dann werden solche Sachen, also Tätigkeiten dadurch vermieden, dass entsprechende Partien, Fechtpartien ausgemacht werden. Im klassischen Sinne wie das Duell von früher. Passiert recht selten, weil jedem klar ist, dass es mit erheblichem Aufwand verbunden ist und durchaus sehr weh tun kann. Wenn man es nicht gerade an der Klinge austragen möchte, sondern es vielleicht auch nur eine kleine Flossel geht, dann kann man das in zwei bis zwei auch noch mit einem schnellen Bier oder mit einem Bier klären. Ich habe jetzt die Zeit bei Alsatia nochmal Revue passieren lassen. Und wenn ich mir überlegen müsste, ob das was für mich wäre, würde ich eher zu einem Nein tendieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, naja abgesehen davon, dass ich kein Mann bin, dass nicht wirklich alles sehr entspannt war. Und obwohl ich die einzelnen Personen nett fand und sie mich sehr freundlich aufgenommen haben, habe ich einfach mit dem Prinzip Studentenverbindung meine Schwierigkeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.